Im April 1992 wird Maria Jebsen in Hamburg zur ersten lutherischen Bischöfin der Welt gewählt. Für die einen ist das eine Sensation, für die anderen ist es ein Schock. Kann die das? Und darf die das eigentlich? Über diese und ähnliche Fragen wird im Frühjahr 1992 intensiv öffentlich diskutiert. Seitdem ist nämlich bekannt, dass im progressiven Kirchenkreis an der Nordelbe, zu dem Hamburg und Schleswig-Holstein gehören, eine Sensation Realität werden könnte. Eine Frau könnte die erste lutherische Bischöfin werden, die erste weltweit. Diese Nachricht lässt die einen hoffen, die anderen sind total schockiert. Im Januar 1992 wird Maria Jebsen als eine von zwei Kandidaten für das Bischofsamt in Hamburg aufgestellt. Die 47-Jährige hat zu diesem Zeitpunkt schon als Pastorin Karriere gemacht. Mit ihrem Mann hatte sie viele Jahre lang verschiedene Kirchengemeinden in Schleswig-Holstein geleitet. 1991 wird die Pastorin als eine der ersten Frauen in Deutschland Pröbstin im Kirchenkreis Hamburg-Harburg. Und jetzt vielleicht Bischöfin, als erste der Welt in der evangelisch-lutherischen Kirche? Es dauert nicht lange, bis diese Idee öffentlich kritisiert wird. Kurz nachdem die Kandidatur bekannt wird, fragt das Hamburger Abendblatt, Darf eine Frau Bischof werden? Ein 63-jähriger Pfarrer erklärt, dass er früher in Rente gehen würde, wenn Jebsen gewählt würde. Seine Aussage begründet er mit einem theologischen Argument, einem Satz aus der Bibel. Es schweige die Frau in der Versammlung. Er ist nicht der Einzige. Mit ihm sagen rund 80 andere Pastoren, dass sie es genauso machen würden. Verglichen mit Szenarien wie diesen passiert die kirchenpolitische Revolution dann überraschend einfach. Am 4. April 1992 wird die Theologin in der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis schon im ersten Wahlgang mit großer Mehrheit gewählt. In der geheimen Wahl stimmen 78 Kirchenparlamentarier für sie und nur 44 für den männlichen Kandidaten. Jebsen selbst hatte, wie die meisten, gedacht, dass das Ergebnis erst nach mehreren Wahlgängen feststehen würde. Es ist ein Stück Kirchengeschichte, das an diesem Tag in Hamburg geschrieben wird. Die Medien berichten weltweit. Auch Radio Vatikan informiert seine Hörer über die Sensation. Anders als in der katholischen und der orthodoxen Kirche dürfen in der evangelischen Kirche Frauen schon länger Pastorinnen werden. In Hamburg seit 1969. Aber eine Frau als oberste Chefin einer Kirche, das gab es weltweit bis zu dieser Wahl nur dreimal. Mit einer methodistischen und einer episkopalischen Bischöfin in den USA und einer anglikanischen Bischöfin in Neuseeland. Für die katholische Kirche ist das Ganze eine Provokation. Zwar gratuliert der Hamburger Weihbischof Jebsen zur Wahl. Aber als die Frau im August wirklich als Bischöfin zu arbeiten beginnt, kommentiert das der Vatikan. In der ersten weiblichen Bischöfin sieht die Leitung der katholischen Kirche ein Problem für die Ökumene. Die evangelische Kirche in Deutschland lässt sich davon nicht beeindrucken. Zu Jebsens erster Predigt im Hamburger Michel, der bekanntesten Kirche der Stadt, kommen Theologen aus der ganzen Welt. So zum Beispiel jüdische, orthodoxe und katholische Geistliche. Das Motto der neuen Bischöfin, die Kirche muss sich einmischen in die Politik. Genau das wird sie in den nächsten 18 Jahren auch tun. Jebsen, die sich als feministische Theologin sieht, mischt sich ein. Sie kämpft gegen Antisemitismus und Gewalt gegen Ausländer, genauso wie gegen Armut. Als eine der ersten kämpft sie für die Anerkennung von Homosexuellen innerhalb der Kirche und selbstverständlich auch für eine stärkere Position der Frauen in den Kirchen. Auch die Ökumene, der Dialog zwischen den Religionen, ist ihr wichtig. Nach ihrer ersten Amtszeit wird Jebsen im Jahr 2002 noch einmal für zehn Jahre als Bischöfin gewählt, wieder mit großer Mehrheit. Aber dann wird alles anders. 2010 werden Fälle von sexuellem Missbrauch in der evangelischen Kirche bekannt. Davor waren schon Fälle von Missbrauch an verschiedenen katholischen Institutionen und der reformpädagogischen Odenwaldschule bekannt geworden. Über Monate sind die Skandale in Deutschland ein großes Thema. Im Juli 2010 berichtet die Zeitschrift der Spiegel, dass die Bischöfin Jebsen schon seit 1999 von einem Missbrauchsfall in ihrem Kirchenbezirk gewusst und nichts getan hat. Dabei geht es um einen Pfarrer aus Ahrensburg bei Hamburg, der in den 70er und 80er Jahren viele Jugendliche missbraucht hat. Jebsen sagt öffentlich, dass sie erst seit März 2010 von dem Fall weiß und sich an 1999 mit Kollegen geführte Gespräche nicht erinnern kann. Dokumente zu dem Fall gibt es nicht mehr. Die Vorwürfe, der Pfarrer gibt die Sache kurze Zeit später selbst zu, sind juristisch schon verjährt. Aber das Image der Bischöfin ist beschädigt. Und so tritt sie im Juli 2010 von ihrem Amt zurück. Viele Menschen sind darüber traurig. Kurze Zeit später zieht Jebsen mit ihrem Mann aus Hamburg weg. Zwei Jahre später ist auch sicher, sie bekommt wegen des Skandals kein Problem mit der Justiz. Heute lebt das Paar in Husum an der Nordsee. Am 28. Februar 1986 wird in Frankfurt am Main die Kunsthalle Schirn eröffnet. Das Museum wird ein Erfolg, obwohl es keine eigenen Bilder hat. Sie feiern den Beginn einer neuen Ära der Kultur. Die Gäste, die an diesem Abend des 28. Februar 1986 der Musik zuhören, stehen in einem neuen Zentrum für die Kunst in Frankfurt am Main. In der Kunsthalle Schirn. Ein neues Museum mitten in der Altstadt. Die Schirn. Schon der Name zeigt die Bedeutung des historischen Platzes, an dem das Museum steht. Nicht weit davon entfernt lief im Mittelalter der Krönungsweg zwischen Römer und Dom. Zukünftige Kaiser liefen dort entlang auf dem Weg zur Krönung. Das war das historische Zentrum der Frankfurter Altstadt. Dort, wo heute das Museum steht, verkauften damals Fleischer ihre Waren, an offenen Ständen, die Schrannen oder Schirnen genannt wurden. An diese Zeit erinnert der Name der Kunsthalle. Im Zweiten Weltkrieg wird die Frankfurter Altstadt 1944 durch Bomben zum großen Teil zerstört. Die historischen Häuser sind weg. Auf Teilen des Areals werden neue Gebäude gebaut, aber es bleiben Lücken. Fast 40 Jahre lang. Bis die Schirn gebaut wird. Nach einem radikalen Plan des Architekturbüros BJSS. Einer der Architekten der Schirn ist Axel Schultes. Er wird viele Jahre später gemeinsam mit seiner Kollegin Charlotte Frank das Kanzleramt für die neue Hauptstadt Berlin planen. Die Architektur des Museums ist speziell. Es ist nur 10 Meter breit, 10 Meter hoch und 140 Meter lang. Das Gebäude besteht aus mehreren Teilen, die durch Treppen miteinander verbunden sind. Die Schirn hat 2000 Quadratmeter Platz für Kunst. Dass die Schirn an diesem Tag im Februar 1986 eröffnet werden kann, ist vor allem Hilmar Hoffmann zu verdanken. Er ist von 1970 bis 1990 für die Kulturpolitik der Stadt verantwortlich. Sein Motto heißt Kultur für alle. Er ist nicht nur der Initiator für die Kunsthalle Schirn, sondern auch für das berühmte Museumsufer am Main. Seine Idee für die Schirn? Auch in Frankfurt am Main sollen große Ausstellungen stattfinden. Und das ohne eine eigene Sammlung. Das Konzept? Die Schirn leiht sich Bilder und Skulpturen von anderen berühmten Museen und veranstaltet damit eigene Ausstellungen. Mit diesem Konzept wird die Schirn bald ein Erfolg. Bis zum 30. Geburtstag des Museums in diesem Monat organisiert es mehr als 220 Ausstellungen. Die Statistik zählt in dieser Zeit mehr als 8 Millionen Besucher. Die Werke vieler berühmter Künstler werden in der Schirn gezeigt, zum Beispiel von Edvard Munch, Albrecht Dürer, Jeff Koons, William Turner, Joan Miró und Yoko Ono. Außer Einzelausstellungen mit Werken von nur einem Künstler finden oft auch Themenausstellungen mit den Werken mehrerer Künstler statt. Ein Ort für Konzepte, kulturhistorische Debatten und die Diskussion über neue Trends. Das will die Schirn sein. Immer wieder arbeitet das Frankfurter Haus mit berühmten internationalen Museen zusammen, wie dem Pariser Centre Pompidou, der Londoner Tate Gallery und dem New Yorker Museum of Modern Art. Die Schirn wird selbst zur international bekannten Kunstinstitution. Auf ein Kapitel internationaler Berühmtheit hätte die Kunsthalle aber sicher gerne verzichtet. Im Juli 1994 wird das Frankfurter Museum zum Ort eines spektakulären Kriminalfalls. Zu dieser Zeit zeigt die Schirn eine ihrer großen Themenausstellungen, Goethe und die Kunst. An den Wänden hängen berühmte Werke der Romantik von verschiedenen Malern, darunter Bilder von William Turner und von Kaspar David Friedrich. Als das Museum am 28. Juli abends schließt, verstecken sich drei Männer im Gebäude. Außer ihnen bleibt nur ein Wachmann in der Schirn. Als er die Räume kontrolliert, schlagen und fesseln ihn die Kriminellen. Dann stehlen sie drei Bilder. Zwei von William Turner und eines von Kaspar David Friedrich. Sie fahren im Aufzug zum Ausgang, legen die Bilder in ihr Auto und fahren weg. Es ist der spektakulärste Kunstraub der deutschen Geschichte. Spektakulär ist auch, was in den Jahren danach passiert. Denn die Londoner Tate Gallery, der die beiden Bilder von Turner gehören, kauft diese mit Geld von der Versicherung von den Dieben zurück. So bekommt auch die Kunsthalle Hamburg, der das Werk von Kaspar David Friedrich gehört, ihr Bild zurück. Am 12. Juni 1817 fährt Karl Dreis in Mannheim 14 Kilometer auf einem Laufrad aus Holz. Aus seiner Idee wird später etwas, was heute Milliarden Menschen mobil macht, das Fahrrad. Für seine erste große Fahrt hat der Erfinder die beste Straße gewählt, die es 1817 in Mannheim gibt. Am 12. Juni, einem schönen Sommertag, setzt sich Karl Dreis am Mannheimer Schloss auf eine rund 20 Kilogramm schwere Holzkonstruktion. Zwei durch eine Stange verbundene Räder, auf der Stange ein Sitz, vorne ein Lenker. Dreis bewegt seine Laufmaschine dadurch, dass er seine Füße abwechselnd vom Boden abstößt und sich rollen lässt. Abstoßen, rollen, abstoßen, rollen, abstoßen, rollen und immer so weiter. Mit dieser Methode fährt er bis zur Sommerresidenz in Schwetzingen und wieder zurück. Die insgesamt 14 Kilometer schafft er in rund einer Stunde. Damit ist er so schnell wie 200 Jahre später ein typischer Freizeitradfahrer. Die Menschen, die an diesem Juni-Tag 1817 an der Straße stehen und Dreis vorbei rollen sehen, können das nicht wissen. Aber sie sind dabei, als eine der wichtigsten Erfindungen der Mobilität der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Die von Dreis entwickelte Laufmaschine, die bald Dreisine oder Veloziped genannt wird, ist einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Erfindung des Fahrrads. Zu diesem Zeitpunkt hat Dreis schon ein paar Jahre lang an einem Fahrzeug getüftelt, mit dem sich Menschen ohne die Kraft von Pferden fortbewegen können. Zuerst baut er Apparate mit vier, später welche mit zwei Rädern. In der deutschen Sprache gibt es ein schönes Wort für einen Menschen mit vielen Talenten. Tausendsasser. Dreis ist so ein Tausendsasser. 1785 wird er als Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr Dreis von Sauerbronn in Karlsruhe geboren. Er wird Forstbeamter. So will es der Markgraf, der sein Patenonkel ist. 1812 stellt Dreis im badischen Magazin seine ersten Erfindungen vor. Da ist er schon seit einem Jahr von seiner Arbeit freigestellt. Warum, ist unklar. Aber er bekommt weiter Geld und hat viel Zeit, sich auf seine Erfindungen zu konzentrieren. Und das sind nicht wenige. Der junge Mann denkt nicht nur über die Frage der Mobilität nach. Er entwickelt zum Beispiel eine Schreibmaschine, einen Holzsparofen und einen ersten Rekorder zur Aufnahme von Klaviertönen. Außerdem propagiert er das binomische Rechnen im Alltag und macht Vorschläge zur Verbesserung der Feuerwehr. Über die Frage, was ihn zu seiner Laufmaschine inspirierte, gibt es 200 Jahre nach seiner berühmten ersten Fahrt eine neue Diskussion. Lange glaubten Historiker der Interpretation von Dreis Biografen Hans Erhard Lessing. Wie dieser erklärt, spielte der Ausbruch des Vulkans Tambora auf einer indonesischen Insel eine wichtige Rolle. Im Frühjahr 1815 sterben dadurch tausende Menschen in der Nähe des Bergs. Der Ausbruch ist der Grund für eine ökologische Katastrophe. Kleinste Teilchen Asche verteilen sich in der ganzen Atmosphäre, sodass weniger Sonnenlicht auf der Erde ankommt. Die Konsequenz? Fast überall auf der Welt wird es kälter. Mit der Kälte kommt der Hunger, die Ernte bleibt aus, das Getreide fehlt für die Ernährung von Menschen und Tieren. In ihrer Not essen viele Menschen die Pferde, die sie sonst zum Transport brauchen. In dieser Situation, so erzählt es die Legende, tüftelt Dreis an einem Laufrad als Ersatz für Fahrzeuge, die von Pferden bewegt werden. Diese Theorie ist aber wahrscheinlich falsch. Von Dreis selbst gibt es zumindest keine Aussagen darüber, warum er die Idee für eine Laufmaschine hatte. Für die Bedeutung seiner Erfindung spielt die Frage nach der Inspiration aber auch keine Rolle. Sicher ist, Dreis' Erfindung war die Basis für die Entwicklung des modernen Fahrrads. Ihm selbst bringt die Dreisine aber kein großes Glück. Für viele ist der frühere Forstbeamte ein verrückter Adliger, über den sie nur lachen können. Trotzdem finden viele Menschen seine Idee gut und kopieren sie. Obwohl er ein Patent für seine Dreisine bekommt, verdient Dreis damit fast nichts. Die meisten verkauften Laufräder werden von anderen hergestellt. Und dann wird es nach einem kurzen Boom auch bald schon wieder verboten, Laufräder auf Gehwegen zu benutzen. Sie sind zu gefährlich, glauben die, die sie verbieten. In Mannheim passiert das schon Ende 1817, ein Jahr später in Paris, 1819 dann auch in London, New York und Kalkutta. Die Dreisine ist kurze Zeit später wieder vergessen. Dreis ist arm, als er 1851 stirbt. Ärzte haben ihn kurz davor noch für verrückt erklärt. Aber seine Idee entwickeln andere weiter. In den 1860er Jahren wird die Tretkurbel erfunden. In den 1890er Jahren dann der Kettenantrieb. Ein paar Jahre später wird das Zweiradfahren doch noch populär. Und es gibt ein neues deutsches Wort für das Fahrzeug, das man dafür braucht. Das Fahrrad. Und das Laufrad? Das erlebt 150 Jahre nach Dreistod noch einen späten Boom. Anfang der 2000er Jahre werden Laufräder für Kinder sehr populär. Oft sind sie aus Holz. Eine Stange mit zwei Rädern, darauf ein Sitz und vorne ein Lenker. Und wer einmal gesehen hat, wie schnell schon Zweijährige auf so einem Holzrad fahren, der schaut Ihnen vielleicht so überrascht hinterher, wie im Jahr 1817 das Publikum Karl Dreis. Vielen Dank. Vielen Dank.